Verpiss dich, Mann! Ist das der von gerade? Werder Bremen. Oh, hallo Werder Bremen. Wir sind ja ganz kreativ. Spast, Alter. Hier, bam, so geht das. Guck dir an, wie ein richtiger Zwerg das macht. So nämlich. Und so. Und so geht das. Und dann geht's auf die Fresse. Yeah, Baby. Okay, aber laut Karte gibt es hier was, was ich haben will. Wo bitte? Kiste, Bolzenheimer, Bolzenheimer, Bolzenheimer. Jetzt baller ich mir eine Frau. Komm. Komm her, ich brauch dich für meinen Harem. Den Zwergenharem. Bam. Bam. Und. Ja, also ich glaub. Tod bist du mir am liebsten. So. Jetzt baller ich dich da noch aus deiner Höhle raus. Noch eine Frau. Zwergenharem. Zwergenharem. Verfehlt. Getroffen. 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 Ich bin voll schlecht. Und in der Kampf. Bam. Und bam. Komm schon, töte sie. Töte sie. Wir brauchen sie. Tod. Für den Harem. Yay. Hallo, Werder Bremen. Du bist ein Spast. Du bist ein kleiner Spast. Spast, Spast. So, wohin jetzt? Wieso zeigst du mir das da an? Ich kann doch hier bestimmt auch bei dem nächsten Einser auch Trolle jagen, oder? Da sind Trolle. Und Wölfe. Ich dachte, das wäre ein Kaninchen. So. Würdest du danke? Danke. 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 Komm schon. Töte. Erschließungskommando. Was bist du? Du bist so ein kleiner Winzling. Alter. Töte lieber ihn da. Total lame. Über 35 Meter. Hau ich ihm jetzt sämtliche Kugeln ins Gesicht? Dann ist er tot. I win, you lose. Bitches. Und da blinkt... Oh, da ist ein gelber Punkt. Eine ramponierte Truhe. Schießen wir uns doch den Weg dazu frei. Verfehlen. Nichts verfehlen hier. Hey, Mero verfehlen. Nee. Ja, bam. Ja, bam. Ja, bam. Pah, hier. Ey, jetzt verarscht er mich, ne? So, geht doch. Yay. Ganz viel Zeug für mich. Hose. Schlechte Hose. Und Zeugs. So, ich will die Truhe haben. Danke. Ich will die Truhe haben. Einfach alles rausnehmen. Alles meins. Und mal gucken auf der Karte. Wo ist das dritte Ding? Da oben. Okay. Dann hole ich mir da auch noch drei Trolle. Und dann läuft es. Dann bin ich super awesome in mir. Oh. Schieß mal zu drauf. Bam. Na komm, die kann ich im Nahkampf. Da. Seht ihr? Bam. Das ist voll spannend. Komm, ich spring mal ein bisschen. Vielleicht irritiert das den Feind. Vielleicht irritiert es sie irgendwie. Wenn ich ihr meinen Kopf schlage, statt irgendwo gegen die Beine. So. Ich bin reich. Ich bin so fucking reich. Ich habe... einen grauen Kreis und 54 braune Kreise. Ich bin reich. Cool. Nein, das ist Kupfer. So viel habe ich schon gelesen. Bam. 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 Man, ist das spannend. Bam. Gewonnen. Yay. Ein Troll noch. Und dann bin ich hier fertig. Du da. Du bist mein letzter Troll. Zack. Bums. In your... Face? Bitte? Danke. Tot. So, jetzt kriege ich noch drei Kupfer. Ich kann dann... ...hier links rein. Und mir da... Da ist die Kiste. Die will ich haben. Okay. Die glitzert immer so schön. Dann weiß ich... Uh, es glitzert. Ich will es haben. Jetzt will ich da hin... ...und dann mal gucken. Muss ich den ganzen Weg zurücklaufen... ...or gibt es irgendwas, was mir hilft? Oh. Ruhestart. Ach, was ist das denn überhaupt? Bringt euch zurück nach... Ah, okay. Gut. Damit freute ich mich dann gleich zurück... ...und dann... ...dann läuft das. Erst will ich da hin. Bling. 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 Hallo, hallo, Grämm... Oh, Kaninchen. Hallo, 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 Kaninchen. Und tschüss. Und hallo, hallo, hallo... Hallo, Grälin Weißbart. Was geht euch durch den Kopf? Gib mir meine Axt und mein Zeugs... ...und dann mache ich Zeugs. Soll ich die Quest jetzt noch machen? Nein. Ich rüste meine Axt noch aus... ...bohrte mich dann zurück. Was auch überhaupt keine Ewigkeit dauert. Wow. Das ist cool. Gut. Und jetzt muss ich da oben laut Karte rein. Okay, mein Ziel ist aber, wenn es die Quests nicht bringt, dass ich mindestens Level 5 komme. Also ich meine... ...so einen schönen kleinen Anfang. Das wäre krass. Und... ...Ambossar. Bringen wir die Quests weg. Zu Felix Windenbolz. So, nein, erst verkaufe ich meinen Scheiß. Komm. Wie geht's? Ich will es alles nicht haben. Also nimm's. Danke. So, hier, Felix. Hey! Man sieht sich! Man sieht sich! Spasti. So, hier. Jägerlehrer. Zu dem will ich noch. Schön, euch zu sehen. Dann kaufe ich mir das Peck des Affen und den Schlangenbiss. Cool. Aha. Aktiviere. Oh, jetzt bin ich ein Affe. I am a monkey. Weiter. Beenden. Oh, er hat eine Quest für mich. Uh, uh. Das kann ich heute für euch. Welcher zurückbringen? Annehmen. So, was kann ich denn hier drin zum Beispiel nochmal? Ich kann mich... Yay! Tanz für mich, kleiner Zwerg. Tanz für mich. Okay. Los geht's. Zu viel Pause gemacht. Uh, heiß, heiß, heiß. Wenn euch das nicht auf Touren bringt, kann ich euch auch nicht helfen. Wie viel brauche ich denn jetzt noch? 200... Ja, komm. Die 200 EP hole ich mir schnell noch. Indem ich jetzt meinen neuen Skill hier, meinen Schlangenbiss, ausprobiere. Spontan... Oh, kann ihn schon! An einem Eber ausprobiere. Und zwar... Ah, das kann ich auch... Oh, cool. Spiel hat ja viel mehr Möglichkeiten, als ich erwartet hätte. So, das Ding gleich hinterher. Dann noch ein Schuss. Noch ein Schuss. Dann schlage ich ihm ins Gesicht. Das war genau so. Und er verreckt an meinem... Dot. Nein, er verreckt an meinem Schlag. Okay. Yay! Wupp, wupp. Und... Kaninchen! Ups. Und... Kaninchen! Nicht töte dich! Komm her! Bäm! So, Wolf! So, du bist mein Wolf! Du bist ein... Toter Wolf! Jetzt gehe ich ein Stück zurück. Komm mit dich! Komm mit nebenher dich noch! So, und jetzt klatscht ich den ersten weg. Und in der Zwischenzeit sollte der Zweite eigentlich auch genug Schaden haben. Sag ich doch! Alle tot! Wupp, wupp! Gut, aber das ist irgendwie öde. Die sind viel zu schwach. Ich hole mir ein Level-2-Gegner. Die sind bestimmt größere Herausforderungen für mich. So. Komm her! Komm her! Komm her! Bäm! 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 Und... Tot! So. 39 EP. Jetzt brauche ich noch... ganz, ganz wenig. Das kriege ich bestimmt hin. Bäm! Bäm! Mir ist scheißegal, ob das total langweilig ist. Ich mache es trotzdem, weil ich es kann. Und zwar an diesen beiden Gegnern hier. Ist tot. Ist auch tot. Waaah! Level 5! Yay! So, jetzt laufe ich zurück. Da wieder rein. Ich will nach Ambossar. Und da würde ich dann sagen, speichere ich erstmal. Beziehungsweise speichern. Speichern ist so ein scheiß Wort in diesem Spiel, ne? Ähm... Ich speichere nicht. Ja, was mache ich denn? Ich mache für heute Schluss. So könnte ich es sagen, ja. Ähm... Keine Sorge. World of Warcraft wird dann natürlich die anderen Uploads nicht irgendwie beeinflussen. Sondern... Ja, wird halt dazukommen als kleines Nebenprojekt. Bis Level 70. Also, ich bin Emero. Das war World of Warcraft für heute. Wir sehen uns morgen wieder auf diesen Bierfässern. Bis dahin, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.